Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wellness-Oase. Diese Stabbrause lässt die Wassertemperatur durch Licht in verschiedenen Farben sichtbar werden. Der Mittelteil der schicken Stabbrause taucht Ihr Badezimmer in vitalisierendes Blau, harmonisierendes Grün oder wärmendes Rot. Ab einer Temperatur von 50 Grad Celsius beginnt die Brause sogar rot zu blinken. Dank Universalanschluss mit einem halben Zoll Gewinde passt der Duschkopf an alle gängigen Schläuche und ist in weniger als einer Minute installiert. Durch die elastischen Gumminoppen der 45 feinen Düsen lassen sich Kalkablagerungen einfach herausdrücken. Das erleichtert die Reinigung. Und das Beste? Der eingebaute Dynamo wird durch Wasserkraft betrieben. So entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten für Strom oder Batterien. Erleben Sie ein völlig neues Duschgefühl, auf das Sie schon bald nicht mehr verzichten wollen. Also Wasser Marsch!